So Leute, willkommen zum dritten Spieltag der German Pokemon League in der zweiten Liga. Wir spielen gegen den guten Pock Galaxy mit seinem Team Isotope. Immer noch cooles Logo, ich bin Fan davon, muss ich nochmal sagen. Props an den Artist und natürlich auch für die Idee selber. Teambuilding sowie unsere Teamübersicht findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Da sollte ein Poké-Paste sowie ein Link zum Video sein. Ich bin mega gespannt, ich will aber den guten Pock auch nicht lange warten lassen. Das heißt, ich drücke hier den A-Knopf direkt und wir legen los. Und ich halte mein Telefon bereit. Okay, wir sehen kein Mord-Deport auf jeden Fall, das ist schon mal interessant. Wir sehen dafür aber, also Alter, diese Defensive, ne? Wir sehen Pixi, Aquana, Cresselia, Pion Draghi, Dragoran und Katagami. Heißt, es wird wild. Ähm, es war ungefähr, was ich erwartet hatte. Womit wird er jetzt leaden? Also ich sage Katagami oder Drapion, sehr wahrscheinlich Scarf bei ihm. Ähm, wir könnten jetzt hier natürlich darauf reagierend. Ähm, pff. Ist jetzt schwierig, ob wir leaden wollen. Ähm, wir könnten mit Losseros leaden oder mit Gael oder mit Priscilla. Ich denke, das sind die naheliegendsten Leads. Das ist ein lead, er könnte, er könnte mit Aquana leaden. Ja, das könnte er. Äh. Könnte mit Aquana leaden, dann könnten wir mit Lathias leaden. Aber wenn er mit Pion Draghi da ankommt, ist es schwierig. Hm. Hm. Liegen wir mit ihm oder mit ihm? Ich wäre halt für einen von den beiden schon. An der Stelle, aber wenn er mit... Hm. Ich glaube, dass Priscilla vielleicht nicht bad ist. Wir können irgendwo ein Toxic draufhauen oder so. Hoffentlich verlieren wir damit nicht direkt Momentum und alles. Wäre ungünstig, aber... Ich weiß nicht, ist schwierig. Weil ich habe das Gefühl, er könnte mit seinem Scarf erlienen. Und wenn er mit Pion Draghi Scarf leaden, ist das ungünstig für uns. Pion Draghi ist immer ungünstig. Das ist das Problem. Äh, Pion Draghi ist immer ungünstig. Als lead für uns. Deswegen muss ich jetzt schauen. Stay hydrated. Das ist Aquana. Okay. Das war irgendwie zu erwarten. Heißt, ich würde sagen, wir drücken hier einfach straight out Toxic. Und gucken, was passiert. Toxin. Er kann natürlich auch uns das Toxin geben an der Stelle. Ähm. Hey, Mensch. Ich glaube, wir hatten den gleichen Gedanken. Haben wir jetzt auch das gleiche Set mit dabei, oder wie? Ähm. Vaporeon. Sehr schön. Erstmal beide getoxet. So muss das. Ähm. Schön. Schön. Ich glaube, wir hatten da einen ähnlichen Gedanken an der Stelle. Ähm. Und jetzt wäre natürlich die Frage, was für ein, was für ein Aquana ist das? Wir könnten einmal Hypervoicen, um zu schauen, was passiert. Ähm. Ich glaube, ich drücke einfach einmal Schallwelle und gucke, was, was er macht. Äh. Er geht auf die Rollwände. Okay. Heißt, irgendwas kommt jetzt immer eine Schallwelle auf. Das ist in Ordnung. Er crittert erstmal. Dankeschön. Vielen Dank dafür. Ähm. Aber, dann weiß ich nicht, ob er vielleicht... Hm. Er hat uns Rollwände gezeigt, er hat Toxin gezeigt. Wundstrom ist sehr wahrscheinlich. Und dann fehlt ihm halt... Dann noch Vitalglocke, aber dann hat er ja kein Scald. Okay. Bin gespannt. Pinky Winky kommt rein. Das ist in Ordnung. Ich vermute, wenn er das so reinholt, dass das wirklich Magic Guard ist. Das ist aber auf jeden Fall... Ähm. Clefable. Das ist ein Fisteth. Ja, das ist Fisteth. Ähm. Das heißt, das wäre eigentlich unser Moment, um in Quelag zu gehen und damit, äh... Dinge zu tun. Denke ich. Ähm. Das werden wir jetzt auch mal machen. Wir müssen halt aufpassen, dass am Ende nicht die Rocks zu nervig werden. Aber egal. Ich will ihn jetzt auch nicht kaum meinen Setupen lassen oder sowas. Das sehen wir zu ätzend. Hallo. Na? Und, äh... Quelag darf nicht einfach sterben. Das ist wichtig. Weichei kommt. Okay. Direkt die Heilung am Stissel. Ähm. Also, er hat anscheinend da nicht so Bock drauf gehabt, dass wir ihn ärgern. Ähm. Man, er hat Switch-Ins dafür. Was kommt jetzt rein? Also, ich glaube nicht, dass er hier drin bleibt. Vor allem, wenn er das Setup nicht gefahren hat. Ich glaube, er wird rausgehen. Aber Frage ist, in was? Geht er wieder auf Aquana raus? Geht er auf Drapion raus? Ne, Katagami Drapion würde nicht hier, wenn er nicht hier reinkommt. Ähm. Es kann halt Dragoran theoretisch kommen. Hm. Dragoran könnte ich mir vorstellen. Könnten auf Ga'el gehen und damit pressuren. Aber ich glaube nicht, dass er hier drin bleiben wird. Ich glaube, das macht er nicht. Ich glaube, wir müssen ein bisschen aktiver spielen. Wir müssen versuchen, ihn hier einfach zu playen. Er geht auch raus. Okay, er doubelt. Also, ich double jetzt an der Stelle, was sinnvoll ist. Stay hydrated kommt rein. Und da wäre jetzt halt interessant. Er hat keinen Geist. Das heißt, ich kann hier Close Combat drücken. Wie viel Schaden machen wir ihm? Hat er den Scout dabei? Weil dann hat er die Heal-Belle nicht. Aber das ist okay. Wir könnten echt einfach Nachkampf drücken. Wir könnten aber auch Kehrtwände drücken. Ist es sinnvoller, hier Kehrtwände zu drücken? Wir können auch damit scouten. Wir gehen auf Kehrtwände. Er geht wieder raus. Okay, das heißt, wir holen uns jeder Momentum. Was kommt jetzt? Träumchen. Das sollte dann, äh... Ja, der Junge sein. Sehr schön. Die Captain kommt. Gut, dass wir hier nicht auf Nahkampf gegangen sind. Und das ist ein Fist-Death-Set. Ich glaube, hat der den Beulenhelm? Er hat den Beulenhelm. Alles klar. Ähm... Sehr, sehr gut. Wir könnten jetzt auf Krugel-Eye gehen und könnten einmal Rocks legen oder nocken. Theoretisch. Ich glaube, es wäre nicht verkehrt, das zu tun. Weil irgendwas verliert sein Item danach. Okay. Gegen Chrysilia. Das ist ein physisch-defensives Set. Das mussten wir, glaube ich, nicht anders erzählen. Ähm... Knock-off... Könnte hier killen, je nach Roll. Ähm... Aber er verliert jedenfalls sein Item für den Moment. Wir gehen auf Oceros und drücken Knock, denke ich. Ich meine, wir können auch Rocks legen an der Stelle. Was auch nicht schlecht wäre. Aber hier... Eigentlich ist die Frage, geht er jetzt hier raus oder recovert er an der Stelle? Ähm... Was kommt jetzt rein auf das Ding, ist die Frage. Aquana könnte reinkommen. Na, wir können einmal Tarnstände legen. Die hat die Tarnstände. Wenn er jetzt irgendwas anderes macht, kann ich immer noch auf Heatrim gehen. Tarnstände zu haben, ist nicht bad. Er geht raus. Okay. Knock wäre auch nicht schlecht gewesen. Pinky Wingy kommt rein. Das war zu erwarten. Dementsprechend, das denke ich hier... Äh... Die Tarnstände sind nicht schlecht. So. Dann kriege ich nämlich A-Chip, B-Information. Ähm... Die könnten wieder auf Quelark gehen. Er kann das natürlich jetzt auch riechen und selber dubbeln, aber das ist mir jetzt gerade egal. Schauen jetzt erstmal. Seros will ich noch behalten an der Stelle. Das ist wichtig. Das kommt jetzt von ihm. Focus Blast kommt. Und er geht daneben. Das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich für ihn. Können jetzt an der Stelle den... Theoretisch die Flash Cannon drücken. Aber das wäre wieder sehr offensichtlich. Und wir können Lava Sturm drücken. Hm. Wird er hier drin bleiben? Weiß ich jetzt gerade nicht. Schwierig zu sagen. Er ist gerade eben rausgegangen. Vielleicht bleibt er jetzt drin dafür. Ich denke, dass ich... Ich fiel den Magma Storm. Focus Blast nehme ich auf jeden Fall einen. Ich fiel aber auch Magma Storm. Vielleicht kriege ich das Ding direkt weggestalled. Ja doch. Und wenn Aquana reinkommt, dann kriegt Aquana, wenn ich den treffe, auch den Chip. Den Chip Damage auf Gasfilia zu haben, ist auch gut. Kommt ihr auf die Corner rein? Fatfinger kommt rein. Fatfinger ist... Der da, okay. Treffen sogar den Lava Sturm. Mensch. Ich bin sehr stolz auf dich, Vitron. Auch wenn wir jetzt natürlich nicht so viel damit machen. Aber wir haben die Multischupe gebrochen. Deswegen ist die Niedrig die Boots, sehe ich gerade. Das sehen wir hier ganz gut. Ähm. Ich mache dem aber trotzdem zu wenig Schaden. Warte mal, was ist das für ein Set? Das ist wichtig. Ähm. Äh, Hedron. Gegen Dragon Knight. Was war das für ein Set? Dragon Knight. Ist das ein Offensiv-Set gewesen? Ähm. 100%. KP. Ja, das müsste... Es ist jedenfalls nicht defensiv. Nicht großartig. Ähm. Wir können auf Oceros gehen. Aber es kann halt sein, dass er uns einfach boxt. Ähm. Ich gehe auf Oceros an der Stelle raus. Hm. Ich meine, da einen Knock drauf zu bekommen, wäre schon geil, oh. Erstmal mit Rohr. Das ist nicht verkehrt. Er gilt für den Roost. Okay. Das heißt, wir können jetzt knocken eigentlich. Und irgendwas verliert schon mal sein Item. Was ganz nett ist. Ähm. Der wollte sein Ding wiederherstellen. Das ergibt Sinn. Ich hätte auch angreifen können tatsächlich an der Stelle dann. Aber er hätte, glaube ich, nicht viel Progress letztendlich gemacht. Äh. Ich drücke einfach einmal Abschlag. Er wird, glaube ich, nicht drinbleiben. Und wenn irgendwas sein Item verliert, ist das nur fein. Äh. Pinkywing können wir rein. Das war eigentlich zu erwarten. Hätte ich auch darauf reagieren können direkt. Aber da schon mal ein Item wegzubekommen, ist nett. Zack. Und das verliert das Mentalkraut. Okay. So, jetzt ist die Frage. Crookedile. Wie viel Schaden? Das ist 25... Na, 20 Prozent, würde ich sagen, war das. Gegen Clefable. Ist das ein physisch defensives Clefable? Ähm. Ja. Das ist physisch defensiv. Das ist definitiv physisch defensiv. Das heißt, das EQ brauche ich jetzt gar nicht zu versuchen. Das würde eh nicht helfen. Ähm. Hm, hm, hm. Was ist jetzt meine Antwort? Wir könnten natürlich wieder auf... Was ist deine Antwort auf Quelark direkt? Dragora. Dragora ist nicht Skaft, haben wir gesehen. Hm. Kann es sein, dass er jetzt den Double pullt? Das könnte ich mir sogar vorstellen. Ähm. Naja, aber er kann Fokus blasten, haben wir gesehen. Frage ist, geht er jetzt für die Offensive hier? Hm. Hm. Wie viel macht das Lati jetzt gerade? Wenn ich da reinkomme... Moonblast macht nicht wenig Schaden, also... Schwierig, schwierig. Ich gehe wieder auf... Ich gehe wieder auf Quelark. Hm. Hätte vielleicht auch predikten können... Mondgewalt kommt. Ah, sehr schön. Gut für uns, weil das nehmen wir easy peasy. War da Schaden? Ich... Wow. Spitz Attack Drop. Okay, Spitz Attack Drop. Alles klar. Ähm. Er will aber, glaube ich, sich nicht trappen lassen. Ich könnte jetzt... Warte mal, das war Spitz Attack Drop, ne? Ich könnte Toxic drücken. Auf irgendeinen Switch in. Das kann natürlich sein, dass jetzt an der Stelle wieder Aquana reinkommt. Ich drücke mal Toxin. Guck, was passiert. Er will sich hier eigentlich nicht trappen lassen. Weder mit dem, noch mit Grisselia. Grisselia verliert einfach an der Stelle. Er geht raus. Geht auf Aquana. Fettfinger. Okay. Toxic treffen wir jetzt richtig gut. Einfach, weil der dann auch nicht mehr safe reinkommen wird. So. Sehr gut. Den haben wir. Den haben wir, den Kollegen. Und das ist in Ordnung. Das heißt, auch wenn er sich jetzt roostet, er hat jetzt immer die Multischuppe nicht mehr aktiv. Das ist gut. Jetzt können wir theoretisch wieder auf Crocodile gehen, oder? Sehe ich das falsch? Wir müssen Heatron auf jeden Fall noch behalten. Wir dürfen hier kein Erdbeben riskieren. Frage ist, hat er die Healbell dabei irgendwo? Was haben wir von Aquana gesehen? Wir haben Toxin gesehen. Wir haben Rollwände gesehen. Noch irgendwas gesehen bisher? Was ich jetzt mir aufschreiben soll, ne? Äh. Ja, Wish ziemlich sicher. Also Wish kann es eigentlich von ausgehen, dass der Wish hat. Schwierig. Ähm. Er bleibt drinnen, weil wir sind langsamer als Zagoran. Und er kann jetzt natürlich... Er hat hier die Vita... Oh. Okay. Ich wusste nicht, dass Zagoran Vita-Gloge kann. Ich bin ehrlich mit euch. Ähm. Das wusste ich nicht mehr. Das ist... Macht das uns natürlich nochmal interessanter jetzt. Hm. Er will aber eigentlich nicht drin bleiben. Weil wir sind schneller und er verliert sein Item dann. Und das kann er sich nicht leisten. Das heißt, er muss eigentlich rausgehen. Frage ist, wohin geht er raus? Er will auch nicht auf Griselia gehen an der Stelle. Er geht wieder in Pinky. Kann das sein, dass er wieder in ein Ding reingeht? Hm. Wir könnten jetzt natürlich das... den Switch-Out predikten. Aber dann ist nicht das der effektivste Play gerade, glaube ich. Hm. Wir können das predikten. Können jetzt wieder in Heatring gehen. Um Momentum zu generieren an der Stelle. Aber wenn er jetzt Erdbeben drückt, wäre das scheiße. Ich glaube, er will sein Item nicht verlieren. Deswegen gehe ich jetzt hier auf... auf Quelag. Das ist schon prediktend an der Stelle. Bleibt er drinne. Er geht... Er geht auch raus. Geht da wieder auf... Stay hydrated kommt rein. Okay. Wild wird's langsam. Die Switches sind einfach Next Level gerade. Und ich glaube, das wird noch richtig, richtig... Aber das Ding hätte sein Left-Out-Fan. Das wäre auch sehr geil gewesen. Ähm. Es kriegt ja halt hier Momentum. Das ist halt ungünstig. Und dagegen kann ich gerade nicht so viel tun. Also außer er will jetzt irgendwie in die Offensive gehen. Aber ich könnte vielleicht... Kann ich Latias reinholen gerade? Ich hole Latias mal rein. Hm. Das wird lustig jetzt. Es kommt die Rollhöhne. War zu erwarten. Chip of Latias ist in Ordnung, denke ich. Kommt jetzt dein Scarfer-Freundchen. Wahrscheinlich ja. Targon ist nicht full. Das darf er nicht reinholen, weil das stirbt sonst. Graselia könnte reinkommen. Bellimon. Das ist definitiv Drapion. Und das ist ziemlich sicher Scarf. Ähm. Kriegt aber erstmal Rocks. Also wie er hier reinkommt, muss es eigentlich Scarft sein. Und da rieche ich den Knock-Off gegen den Wind gerade. Ähm. Nein, wir können hier immer auf Osteros gehen, wenn er jetzt nicht gerade... 3000 Q-Plays macht. Ist Osteros immer mein Switchen an der Stelle. Senken sie. Jetzt ist es wichtig. Was für ein Set bist du? Abschlag. Kommt. Das ist in Ordnung. Ist nicht das... Okay. Er hat mir... Weißt du, wie viel gemacht? 25 Prozent. 25 KP. 25 KP auf Crookedile, natürlich. Nicht auf Latias. Ähm. Das sind 16 Prozent. Das ist ein Drapion. Und das ist wahrscheinlich... Ich würde vermuten, dass er kein Damage-Boosting-Item trägt. Knock-Off macht... 16 Prozent. Gemeins minus eins, natürlich, ne? Ja, das ist nicht Damage-Boostet. Der ist ziemlich sicher Scarft. Und jetzt kann er natürlich wieder auf Pinky-Winky gehen. Und das wäre gerade sehr ärgerlich. Und nervig. Aber wir können trotzdem Erdbeben drücken. Und Schaden machen einfach mal. Er darf da nicht drinbleiben, weil dann findet er sein Scarfer. Das ist ein ziemlich sicherer Scarf, das Ding. Oh, der hat die Sugar-Boost. Er ist jedenfalls nicht damit boostet. Ja, geht raus. Geht er auf... Stay hydrated. Kommt rein. Okay. Das ist in Ordnung. Der kriegt einmal hier von Chip. Der kriegt einmal hier von Chip. Oh! Schön! Druck auf Rechte halten auf dem Ding. Das ist gut. Wir drücken jetzt aber, glaube ich, an der Stelle einfach Knock-Off. Auch wenn jetzt Ding reinkommt. Wir wollen, dass Aquana sich nicht hochheilen lassen am Ende. Wir drücken Knock-Off, weil da kommt gerade nichts außer Pixie rein. Natürlich kann Pixie reinkommen. Aber der Erdbeben kann halt auch... Ist auch präsent. Und auf Erdbeben kann halt Cresselia reinkommen, theoretisch. So, was macht der... Das machen wir dann. Er bleibt drin. Das heißt, Aquana ist weg, ne? Ja, Aquana ist weg. Das ist sehr, sehr gut. Haben wir schon mal das Ding aus den Augen. Sehr schön. Das heißt, die Überreste sind auch weg vom Fenster. Bedeutet, was kommt jetzt? Clefable, würde ich sagen. Wer naheliegend irgendwie. Das ist gut, weil damit hast du eine mögliche Wish-Engine weg. Heal Bell auf Dragoran. Heal Bell Roost. Was sind seine Offensiv-Moves? Dann ist er wahrscheinlich nicht Dragonlance. Schnittchen. Das ist Katagami. Und das ist ungünstig. Weil der kann jetzt mich einfach rausnehmen mit irgendeinem Hit. Aber der ist, glaube ich, nicht Skaft dann. Der könnte knocken. Oh, der knockt der jetzt hier? Nein, der knockt dich doch nicht, oder? Der knockt mich jetzt doch gerade nicht. Kann das sein? Äh. Der knockt mich nicht, glaube ich. Aber ich weiß noch nicht, wer von den beiden Skaft ist. Das macht das gerade schwierig. Ich könnte jetzt auf Latias gehen. Den knock riechend. Äh, nicht knock riechend, sondern den Offensiv-Move. Und dann gucken, dass ich ihn kille. Aber das macht halt trotzdem viel Schaden. Hm. Ha, 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 ha. Schwierig. Oder ich werfe... Ding ab. Ich weiß es nicht. Weiß ich nicht gerade. Glaube ich gehe auf Latias. Ich glaube, er wird nicht knocken und dementsprechend mich in eine Situation bringen, wo ich ihn unter Druck setzen kann. Hoffe ich. Sancto-Klinge, genau. Was war zu erwarten? Wie war das von... Es war... Es war Live-Op. Okay, du bist Live-Op. Das heißt, du bist definitiv nicht Skaft. Big Brain Time. Du bist nicht Live-Op, dementsprechend bist du Skaft. Das gibt Sinn. Ähm. Du bist... Du bist Live-Op, deswegen bist du nicht Skaft. Das gibt sehr viel Sinn insgesamt. Das ist einfach ein... In meinen Augen sehr gut durchdachter... Durchdachter Statement. So. Jetzt ist die Frage. Latias kann dich killen, ne? Du wirst hier nicht drinnen bleiben. Gegen Katagami. Katana. Ich hab den Namen gerade überlegt. Das ist ein offensiveres Set. Der Draco Meteor würde killen. Ich glaube nicht, dass du das jetzt riskierst und hier drinnen bleibst. Das heißt, ich kann hier einmal auf Genesung drücken. Ich glaube, du gehst raus. Ja. Pinky Wing kommt an. Okay. Das ist in Ordnung. Aber der ist, wie gesagt, er ist Magic Guard. Er ist nicht Unaware. Das heißt, wir könnten ein potenzielles Setup-Battle gewinnen. Aber Drapion existiert. Und das macht das Ganze wieder schwierig. Nein! Ich hab mich verklickt. Ich bin auf den Arknopf gekommen. Das wollte ich nicht. Oh, nee. Ich hab den Controller weckgelegt und bin auf den Arknopf gekommen. Das war dumm. Bitte double raus. Bitte double raus. Die Psycho-Attack geprediktend oder sowas. Oh, wie dumm. Wie dumm, wie dumm, wie dumm. Wie dumm. Das wollte ich nicht. Ah, scheiße. Ähm. Also, Genesung war jedenfalls nicht mein Player an der Stelle. Ärgerlich. Ähm. Oh, scheiße. Ja gut, macht mal nichts passiert, ne? Ärgerlich. Und ich hoffe, dass ich... Äh. Dass mir das jetzt nichts kostet. An der Stelle. Ich überleg gerade. Ähm. Ich wollte eigentlich schauen, wie viel der... Der... Der Ding macht. Ähm. Gegen Clair Fable. Ja, ich hab mich verklickt. Weichei. Ja, ich hätt hier Setupen können, so gegebenenfalls. Und hätt er damit Druck machen können. Ärgerlich. Äh. Wie ärgerlich. Psy-Shock macht ganz nebenbei gegen so einen Clair Fable, wie es hier ist. Und 31 bis 36 Prozent. Ähm. Er kann natürlich an der Stelle jetzt auf, äh, Ding gehen. Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, was er drücken wird. So wie er mich jetzt gerade sieht, kann es sein, dass er sowas wie Cresselia... Wobei, Hedron ist ein Safe-Switch hierfür eigentlich. Ähm. Pff. Ich. Hm. Ich meine, ich kann auf Gedankengut gehen und gucken, was passiert. Gehen wir auf Gedankengut. Wenn er jetzt auf Drapein geht, gehe ich wieder raus. In Ordnung. Kann auf Drapein gehen an der Stelle, das ist fein für mich. Was kommt jetzt von ihm? Auch Cormind. Okay, das hab ich mir schon was gedacht, dass sowas kommen könnte. Hätte ich gleich Cormind gedrückt, wäre er halt besser gewesen, ne? Das heißt aber, der hat Focus Blast, Moon Blast vermutlich. Ja, Moon Blast haben wir schon gesehen. Und Weichei. Und Cormind, okay. Ähm. Haben wir was dafür, theoretisch, was in beides reinkommt? Midir wird von beiden neutral getroffen. Ähm. Cresselia geht auch fit. Der Rest mag sich so gerne. Eins von beiden. Ähm. Pseischock würde jetzt knappe 50% machen. Und das können wir eigentlich mal drücken. Freundchen, das kann ich auch. Dat kann ich auch. Wenn der nicht full death ist, dann machen wir sogar 50% relativ safe. Natürlich kann er jetzt auch auf Ding gehen, auf irgendwas anderes und kann halt sowas wie Draco mit dir auch scouten, das geht schon. Ne, aber bleibt drin nur. Nimmt den Pseischock und der wird gut Schaden machen, weil er nicht unaware ist. Und das macht wirklich guten Schaden. Moon Blast kommt, die nehmen wir aber. So. Und ich werde nochmal Pseischock drücken. Er wird rausgehen, aber ich will das Ding rausgehen jetzt, weil ich bin in dem Moment, in der Situation, wo ich ihn killen kann auf die Range. Ich glaube, er ist nicht voll für Steph. Und ich will halt, natürlich kann er jetzt Kraselia hier reinholen oder Drapion und damit Momentum generieren wieder für sich. Aber dann ist er halt auch an einem Punkt, wo ich sage, ich kann theoretisch mit Krokodil zum Kill einsetzen hier. Das heißt, äh, schauen wir mal. Schauen wir mal. Drapion ist 100%ig Scarved. Und das darf er eigentlich nicht verlieren, den Scarved an der Stelle, weil ansonsten hat er Probleme mit Latias. Oh ja. Oh ja. Solange Dragoa noch angechippt ist, definitiv. Der Missplayer war ungünstig. Also mein Missclick war echt ungünstig. Hätte ich den, äh, richtig gedrückt. Okay, er bleibt drinnen. Ich glaube, das geht, oder? Außer wir gehen jetzt mit... Ah, sehr schön. Pixie weg. Pixie weg. Sehr schön. Gute Sache. Zweites One weg. Sauber. Ähm, zwei Defensive vor allem weg. Jetzt kann Cresselia reinkommen. Kann sich theoretisch gegenheilen. Das ist mir vollkommen egal. Äh, wir haben Claire Fable weg. Das ist super, super nice. Wir könnten jetzt hier, ähm, Cresselia könnte jetzt reinkommen zum Beispiel. Ich denke aber eher, dass, äh, Drapion reinkommt und er doublen könnte oder sowas. Durchaus möglich. Äh, Cresselia ist aber eigentlich nicht der Player hier dann von ihm. Drapion kommt rein. Ja, das kriegt wieder Rocks Damage. Und wir können eigentlich wieder Krugel reinholen, weil das ist eigentlich unser Safegue hier. Da denke ich nicht lange drüber nach. Auch wenn er jetzt doppelt oder sonst irgendwas, ist es mir gerade egal. Du bist Skaft, mein Freund. Und du machst mir gerade noch Probleme. Er bleibt aber drin auf jeden Fall. So, was kommt jetzt von ihm? Hat er Kreuzscherer dabei, der Bootsauger oder sowas? Er hat Absch- Er hat wieder Abschlag. Okay, das ist fein für uns. Er hat hier safe gespielt. Ähm, wir können einfach nochmal nocken, theoretisch. Weil, wenn weder ist der Abschlag weg oder irgendwas verliert sein Item. Wir drücken Abschlag. Immer. In der Situation. Wir haben nichts zu verlieren mit Abschlag gerade. Oh, das Kneffel weg. Das ist sehr, sehr gut für Krugel. Das ist sehr, sehr gut für Krugel gerade. Wir nehmen den Hit. Er geht raus. Das muss er machen. Er muss sein Scarf preserven. Fertfinger kommt rein. Okay, das ist, äh, Dragoran. Das verliert jetzt aber seine Boots. Tschüss. Boop. Boah, das ist Schaden. Schöne Sache. Und der sollten wir doch eigentlich mit einer Stone Edge killen, oder? Warte mal ganz kurz. Wir schauen mal kurz nach. Wir haben hier, ähm, Krokodile. Gegen, äh, Dragon Knight. Äh, so. Stone Edge macht, wenn der ein bisschen angechippt ist, 60 bis 70, wenn der offensiv ist. Knock hat weniger als 50% gemacht, also ist er eher defensiv. Vielleicht Full-HP oder sowas. Sonsten sollte ich Stone Edge hier gut Schaden machen. Also ich drücke Steinkante und gucke, was passiert. Wir connecten die Steinkante. Sehr schön. Und wir holen den nächsten Kill. Mensch, Oceros, du bist ein... Der geht ja gerade richtig wild. Sehr schön. Das nächste Mal, dass er keinen Knock, äh, weg, dass er den Knock abfangen könnte. Katagami kann jetzt halt reinkommen, ne? Okay. Schnittchen kommt wieder rein. Das war zu erwarten. Die Sache ist, ich will aber Krokodile behalten. Also ich will Krokodile hier keinesfalls abschmeißen. Ähm, Latias ist... Das heißt, wir müssten safe irgendwie auf Latias kommen. Und das ist aktuell nicht so mega einfach. Dafür müssten wir immer irgendwas abschmeißen. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt der Knock-Off kommt. Um eben den Switch-Out zu... Äh, predikten. Und wir könnten auf Priscilla gehen und hoffen, dass die Kombination geht. Aber ich darf hier gerade nicht drinbleiben. Äh, ja, ne. Ich muss rausgehen. Also ich muss Oceros behalten. Oceros ist zu gut genug. Wenn er jetzt doppelt ist, ist es okay. Aber eigentlich ist... Katana ist das Mon, das er am Ende möchte. Das Mon, das das Moment schon ausnutzt, ist Katana am Ende. Das ist... Das ist... Hier der Punkt. Und, äh, wir schauen jetzt mal. Wir gehen auf jeden Fall... Bleibt da nicht drin. Da bleib ich nicht drüber, Frau Tje. Silvian noch am... Ehersten abschmeißbar hier. Ja, jetzt kommt sogar ein Knock-Off. Das heißt, jetzt wird aber der Smart-Strike killen. Das ist in Ordnung. Nein, wir können theoretisch... Nein, wir können Hyper-Voicen. Wenn wir aus irgendeinem Grund durchkommen sollten. Derp. Äh, ich drück einfach Schallwelle. Falls irgendwas passieren sollte, aber er kann uns halt hier einfach killen. Und er will hier halt eigentlich auch, glaube ich, gerade nichts reinschmeißen. Nein, Cassidy kann reinkommen, theoretisch. Das könnte er machen. Naja, er geht auch schon mal, was wir zu erwarten. Ja, äh, dann ripp Felinara, weil das lebst du ohne Barbiergebirge. Das hilft nicht mehr. Egal. Das ist nicht so schlimm, weil wir können jetzt Druck machen. Wir können jetzt auf Bastien-Boost. Und was kriegt er für einen Boost? Attack-Boost, denke ich mal. Ja. Heißt, ladet jetzt was schneller. Das heißt, wir können auf Wettestgegen, wir können Draco-Milch verdrücken eigentlich. Ähm, weil er hat er, er kann auf Cassidia gehen an der Stelle, natürlich. Frage ist, tut er das? Ähm. Weil da könnten wir uns auch gegen Recoveren wieder. Müssen wir schauen. Müssen wir schauen. Wir gehen aber auf Friede, weil Friede macht jetzt hier den Druck. Weil jetzt müsste Draco-Meteor safe killen. Also wir können einfach Draco-Meteor drücken und irgendwas bekommen, den Eimer voll Schaden. Er hat den letzten Move nicht gesehen. Das ist doch ein Move sein wird, kann er sich denken. Ich kann aber nicht riskieren. Ich drücke Draco-Meteor. Er geht raus. Okay, er kriegt dann nachher natürlich immer wieder Chip, wenn er reinkommt. Das ist noch ein Träumchen, kommt rein. Jetzt die Frage. Killen zwei Draco-Meteor plus Rocks? Da bin ich mir gerade nicht sicher. Das werden wir gleich sehen. Das sind aber ziemlich genau 50%. Ja, die killen auf jeden Fall. Das killt trotzdem noch. Ähm. Und ich drücke noch mal Draco-Meteor. Klar, danach gebe ich ihm Free Switch in was anderes. Aber das ist fein. Wir missen den Draco-Meteor. Das ist ungünstig. Mondsch... Das ist jetzt echt ungünstig. Dass wir den gemisst haben, ist unschön. Ähm. Wir können jetzt aber auf Quäler gehen. Wir können uns selber heilen, theoretisch. Ich will halt den ganzen Progress nicht verlieren, den wir gemacht haben hier. Das ist so der Punkt. Wir könnten uns selber noch ein bisschen genesen, falls wir was anderes tanken wollen. Aber ich glaube eh nicht. Geh auf Quäler. Sag das, er muss noch mal heilen, weil ansonsten kommt er nicht weiter voran. Ich hätte theoretisch auch Knock-Off drücken können. Und auf Quäler gehen können Knock-Off drücken, weil ich glaube nicht, dass er drin... Dass er jetzt angreift. Ich glaube halt nochmal... Ne, Lichtschild kommt. Okay. Lichtschild kommt. Interesting. Das ist in Ordnung. Ich drücke trotzdem Lavasturm. Du wirst nicht drinbleiben. Aber trotzdem kommt irgendwas rein. Und es gibt nichts, was den Lavasturm fressen möchte bei dir. Gerade. Auch wenn Lichtschild draußen ist. Drapion bekommt Rocks und das. Und das tut auch mit Lichtschild weh. Mhm. Geht raus. Bellimon kommt rein. Das war zu erwarten. Katarger anhand logischerweise nicht. Mhm. Lavasturm? Mist. Das ist schade. Ähm. Na, wir können jetzt hier drinbleiben. Wie viel macht uns das Ding denn mit Scarf? Ähm. Äh. Drapion. Du bist Choice Scarf, nicht Choice Blant. Choice Scarf. Macht uns mit einem EQ gegen Heatran. Das wäre jetzt interessant. Gegen Heatran. Ist eine Roll. Das ist eine Roll. Das können wir aber leben, theoretisch. Das heißt, wir könnten überlegen, nochmal Magma Stone zu drücken. Auch wenn das nicht killt, dann. Aber wir dürfen das eigentlich, brauchen wir noch für Crusade. Eigentlich müssen wir hier rausgehen. Wir müssen eigentlich wieder auf Asteroes gehen. Was aber gerade schwierig ist für uns. Ähm. Warte mal. Ushifu nimmt doch alles davon, ne? Und wenn jetzt Katana, wenn jetzt ein Double auf Katana pullt. Was ich mir vorstellen könnte. Wird schwierig. Ja, ich will das trotzdem. Frage ist, drückt er jetzt wieder... Äh, er drückt doch Knock-Off, Idiot. Wenn er drin bleibt. Wobei, ne, er wird die Q drücken. Ja, denke ich mal. Geht halt... Ne, aber er ist drin geblieben. Er geht auf die Q. In Ordnung. Du bist Scarf-Freundchen. Das weiß ich. Ähm. Drücken wir jetzt... Ne, Nahkampf ist nicht der Play. Treffer-Schwall wäre eine Option. Aber für vieles nicht so geil. Er ist schneller. Das heißt, wir könnten ihm... Wir drücken U-Turn, denke ich. Wir nehmen noch ein EQ, können U-Turn... Okay, wir drücken U-Turn. Immer unser Play-U-Turn. Wir sind langsamer. Wir sind... Schneller? Was? 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 Ich bin verwirrt. Äh. Ich bin verwirrt. Ich bin sehr verwirrt. Hast du dein Scarf? Bist du nicht Scarf? Ne. Er ist nicht... Okay, komm. Öh. Öh. Ich war so sicher, dass er Scarf ist. Dann, ähm... Erdbeben, I guess. Ähm. Ja, es ist immer schön, dass wir die Vergiftung bekommen haben. Äh. Also, eigentlich nicht so schön. Was ist er denn dann? Ich bin verwirrt. Also, ich bin jedenfalls sehr verwirrt. Er ist nichts... Er ist aktuell schneller als alles. Ja, dann. Geil. Dann weiß ich, was er im Plan ist für jetzt. Ich bin... Wow. Das hab ich jetzt nicht erwartet. So. Ja, er ist schneller als wir, das weiß ich. Aber das killt auch niemals. Nö. So. Wieder für dich. Genau. Das sieht jetzt nicht schlecht aus. Für den Moment. Lichtschild ist weg. Aber ich glaube, wir müssen an der Stelle Ocelos abschmeißen. Um... Mit Latias arbeiten zu können. Wieder. Das heißt, ich drücke hier einfach einmal Abschlag. Und, äh... Dass der nicht Scarf... Das hat mich gerade richtig fertig gemacht. Das war Scarf Damage davor. Also, wenn ich mich jetzt nicht vollkommen verrechnet habe. Schwierig. Schmeißen hier Ocelos auf jeden Fall ab. Sanktuchlinge. Warte, erwarten. Ist in Ordnung. Mh. Der bekommt wieder Chip. Latias ist schneller als du. Mein Lieber. Und Draco Meteor wird killt. Also, eigentlich ist Latias wieder Play. Latias, Draco Meteor. Let's go. Ja. Äh... Draco Meteor killt in jedem Falle. Und... Cresselia würde mit Heatran One-Wand werden. Das heißt, er muss auf Cresselia gehen eigentlich. Ich drücke Draco Meteor. Ich muss treffen. Ja, ich muss 2 Mal Draco wieder drücken eigentlich. Also zumindest jetzt einmal. Und dann kann man schauen, was er macht. Also darf Katak... Also, wenn er nur noch Cresselia hat, gewinnt Heatran. Außer ich habe irgendwas ganz schlimm übersehen. Aber sollte eigentlich nicht. Das heißt, er muss eigentlich rausgehen. Aber 2 Draco Meteor killen... Äh... Ding. Er bleibt drinnen. Wir hitten den Draco Meteor. Und damit sollten wir das Match eigentlich haben. Weil... Jetzt sollte ich Heatran... Außer ich habe irgendwas übersehen. Eigentlich... Ja, der Crit hat definitiv nicht gemeldet, Leute. Sollte Heatran das eigentlich gewinnen können an der Stelle. Mhm. Ich überlege gerade, ob ich irgendwas vergessen habe. Was haben wir gesehen? Er hat einen Mondschein. Er hat Lichtschild. Hat er noch irgendwas gezeigt ansonsten bisher? Ich weiß es gerade nicht. Aber wir können ihn halt... Toxic taunten und dann... Spaß haben. Ähm... Also, das ist eigentlich... Also... Es tut mir jetzt... Ich will jetzt nicht böse sein und da jetzt irgendwas runter stallen, aber... Friede... Kill... Holt den Kill nicht mehr. Ähm... Und ich... Quillack macht das hier sicherer. Mondgewalt, ja. Er geht sogar in die Offensive direkt. Also, ich will jetzt hier keinen... Keinen... Äh... Scheiß machen am Ende. Und dann nur noch irgendwie... Die... Die... Die Loss holen. Ich meine, ich kann ja erst mal Magma Storm drücken. Wenn ich ihn denn treffe. Also, ich werde... Ansonsten werde ich gleich... Ähm... Toxic drücken. Ich... Ich... Ist nur der... Er... Er spielt jetzt auch offensiv. Also, er... Er hat es im Prinzip hier aufgegeben, weil er kommt an Heatran halt nicht mehr vorbei. Ihr seht den Schaden, ne? Wir heilen uns mehr. Das war ein Crit. So. Das... Das war ein Crit. 7 KP. So. Wir heilen uns, glaube ich, den Crit wieder weg. Komplett. Ja. Das meine ich. Heatran gegen Cresselia. Cresselia einfach... Keine Chance. So. Und wir gehen natürlich noch an der Stelle einmal für einen... Äh... Für die Flash Cannon, wenn wir sie schon dabei haben. Die trifft wenigstens sicher. Ja. Auf jeden Fall GG und Pog war... Das war ein cooles Match, muss ich sagen. Das war ein echt cooles Match. Hat sehr viel Spaß gemacht, das zu spielen. Und wir haben gewonnen, Leute. Wir haben uns einen Win geholt. Ich bin so froh gerade. Oh, GG und Pog. Das war ein echt cooles Match. Ähm... Ein super nicer Kampf. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm... Ich finde es schön, dass meine... Meine offensiven Plays aufgingen mit den Predictions. Ähm... Ja. Sehr, sehr geil. GG und Pog. Ähm... Schau da rein. Äh... Schaut euch den Kampf aus deiner Perspektive an, kann ich nur sagen. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Ich freue mich gerade, dass wir einen Win haben und nicht mehr ohne Win da stehen werden jetzt. Ich weiß nicht. Ich glaube, noch Maxi war... Äh... Hatte keinen Win bisher. Das heißt, vielleicht mal schauen, ob Maxi einen Win holt. Weil, ähm... In jedem Fall können wir uns so ein bisschen mal die Tabelle hochkämpfen, weil es wird einfach Zeit. Nach zwei Losses. Mal ein Win. Sogar 4-0. Damit haben wir die Fidu-Leon-Lager letztes Mal ausgeglichen. Haben die Minus-2-Differenz. Damit kann man arbeiten. Schön. Ich freue mich. Ich freue mich, dass wir gewonnen haben. GG an Pog war ein geiles Match. Ich habe noch vorher noch nicht gegen Pog gespielt. Das heißt, das war aber auch was ganz Neues für mich. Und, ähm, ja. Schaut auf jeden Fall auch bei Pog rein. Lasst ihm liebe, liebe Grüße da. Ähm... Und, ja. Wir sehen uns nächste Woche, würde ich behaupten. Ähm, gegen den guten Dennis. Oder Denzel. Ähm, mit seinem Team Racing... Chasing Cinderace. Das ist nicht Racing. Aber, ja. Ähm... Ich bin sehr gespannt. Auch ein Gegner, gegen den ich bisher noch nie gespielt habe. Von dem ich bisher auch noch nicht so viel gesehen habe. Rein vom Pokémon-technischen. Ähm, muss ich dann noch sagen. Ich weiß, der hat viel VGC gespielt und sowas. Aber trotzdem. Ähm... Direkt eine Siegesserie ansetzen. Das wäre doch geil. Dementsprechend. Vielen, vielen Dank fürs Reinschauen. Schaut, wie gesagt, auf jeden Fall bei Pog rein. Schaut alle anderen Kämpfe des Spieltags an. Lasst Liebe überall da. Alles coole Boys. Und, äh, wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Zum Teambuilding spätestens. Wahrscheinlich sogar eher. Für Streams. Dann vielleicht sogar noch diese Woche. Mal schauen. Bis dann auf jeden Fall. Und ciao, Leute.